Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Mimiko. Wir haben ein Thema heute, Licht und Schatten. Licht und Schatten begleiten uns überall auf dieser Welt. Besonders in der jetzigen Zeit. Und Anna Abbühl hat mit diesem Konzert heute, führt uns in Licht und Schatten von Johann Sebastian Bach und Pablo Casals. Diese beiden haben eine enge Verbindung zueinander, insbesondere natürlich von Pablo oder Paul Casals zu Johann Sebastian Bach. Das war sein Lieblingskomponist. Was wir zuerst hören werden, ist die zweite Cello Suite und anschließend das Lied der Vögel, was Pablo Casals immer gespielt hatte im Exil. Ich freue mich, Anna Abbühl, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf dein Konzert. Ich freue mich, Anna Abbühl, dass du da bist. Ich freue mich, Anna Abbühl, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf dein Konzert. Ich freue mich, Anna Abbühl, dass du da bist. Musik 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 Musik